Liebe Männer von CG10. Ich hoffe, es geht alles gut. Ich bin der Gilles und willkommen für die virtuelle Sportstellung. Dies ist ihr bereit? Alles! Anführungszeichen Die erste Übung ist Erwärmen. Die erste Übung ist Kreis mit Gneck. Die zweite Übung ist Kreis mit Gneck. Die dritte Übung ist der Hälfte. Die vierte Übung ist der Hüfte. Die fünf Übung ist der Knie. Die sechste Übung ist der Hörngelenk und das Vorgelenk. Dann ist es eine Plank. Eine normale Plank für eine Minute. An der Seite, rechts oder links, wenn du willst. und dann an der Rückseite. Die erste Übung ist Kreis mit Genick, aus 10 Sekunden zur Längsseite, und dann in die andere Richtung, für 10 Sekunden. Nächster ist Kreis mit Arm, 10 Sekunden, nur 4 Sekunden. Und dann in die andere Richtung, noch eine, für 10 Sekunden. Ok, dritten aus für die jäle Beine, einmal riecht, einmal riecht, einmal riecht, und dann die jäbeln, riecht. Die jäbeln, riecht, 24 Sekunden. Vergeten aus Kreis mit Höft, binne bisschen breit, haben wir den Höft, und dann Kreis, für 10 Sekunden, an der Längsseite. Und dann in die andere Richtung, für 10 Sekunden. 10 Sekunden. Nächster ist für die Knie, also ein Kick. So, jemand schaut, und dann, ein Kick mit den Beinen. Wenn man das Bein riecht, die jäbeln, riecht, und die jäbeln. 4, 20 Sekunden. 10 Sekunden. Linksbehen, 10 Sekunden riecht. Prost raus, Bauchmuskeln aufstrengen, und dann, jäbeln. 4, 10 Sekunden. Und die löscht aus für Handgelenk und Faustgelenk. So. Um zu zoomen, und dann Kreis mit Handgelenk, und Kreis mit Faustgelenk. 10 Sekunden. Die löscht. Und dann wechseln. Für 10 Sekunden. So. Die ersten aus normalen Genesse, normalen Plenk. Jälebei auf den Boden. Bein riecht. Ein paar muskulären Umstrengen. Und dann riecht. Für 1 Minute. Ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es hat sich dann auf eine Saison zurückgelegt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann wechseln die Zeit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, nächsten Ass auf der Seite, auf der Riedseite, hier oben auf der Boden, Füße auf der Boden und dann Hüfte hier oben für 5,40 Sekunden. Dann haben wir Bauchmuskeln und Strengen und bleibt Position für 5,40 Sekunden. Bis zum nächsten Mal. Und dann an der anderen Seite, 4,40 Sekunden, hier oben auf der Boden, Hüfte hier oben, Abbauchmuskeln und Strengen. Bis zum nächsten Mal. Okay, an die letzten Ass auf der Riedseite, Talik auf der Boden, hier oben auf der Boden und dann Hüfte hier oben. 4,1 minuut. Zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Bis 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 zum nächsten Mal. als Laufen auf den Platz, so, ein paar Muskeln strengen, Brust raus, aber wieder Laufen, um 24 zu kommen, dann 10 Sekunden Pause, 2. Übung aus Pampelen, die Position von Pampelen aus dem Riescht, Fies auf den Boden, und dann ganz erauf, ganz erauf, ganz erauf, ganz erauf, ganz erauf, wenn Pampelen nicht geht, kniehen, auf den Boden, am Zollweg, erauf, an erup, erauf, an erup, vergesst nicht, paar Muskeln strengen, Brust raus, er am Riescht, an dirbeln. Mantenklapper aus Pampelen Position, er am Riescht, bei ihm Riescht, an den Knien, am Hellebogen, oder Brust, jetzt an links, jetzt links, jetzt links, für Beispiel, oder Laufen, wenn nicht geht, oder jetzt, jetzt trüppeln, An Ferten aus Jumping Jack. Jumping Jack aus Wüste Sprangen. Bein Rett. Hopp. Hala. Aus Sprangen. Jetzt auf 20 Sekunden. An der zweiten Tabata ist auch vier Übungen. Die ersten ist ein Twist mit Bauchmuskeln. Die zweite ist ein Ausfallschritt. Die dritte ist ein Side-Planck-Twist. Die vierte ist ein Squat. Die erste Übung ist ein Standing-Hab-Twist. Er hat der Kapp. Andere. Jellebeau bis Knie. Rietz. Links. Rietz. Links. Wenn wir ein paar Muskeln umstrengen. 24 Sekunden. Rietz. Ja. Rietz. 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 Dritten auf der Side Plank, Arm auf der Boden, Arm riecht, den riecht und dann eine kleine Rotation mit Arm, an auf der Seite, eine kleine Rotation, an auf der Seite. So, an der Riechtzeit für 20 Sekunden und dann die andere Tue, die andere Seite, längs für 20 Sekunden. Anfeuerten, die Leicht aus Squat, Squat Position aus Setzen, Brust, immer Brust raus, Hörner raus, paar Muskeln und Strengen, an Europa, Europa, 90 degrés, Talek op der Boden, an Europa, Öhr auf, Öhr auf, Öhr auf, Öhr auf, für 20 Sekunden. An Öhr, der Workout. Anfeuerten, die Workout aus feier Übungen. 30 Sekunden per Übung an 14 Sekunden Pause, töschend Übungen. Ok? Die echten ist für die Handkippe. Feier Übungen für die Handkippe. Echten ist Burpees. Zweiten ist Mountain Climber auf der Stuhl. Dritten ist Jumping Squat auf der Stuhl. Und vierten ist Haftfallschritt. Ein Fuß auf der Stuhl. Zweiten ist für die Woverkippe. Ein Fuß auf der Stuhl. Feier Übungen für die Schöße zu können per Übung. Die echten ist Pompeln. Diamond Pompeln und Normal Pompeln. Feier auf der Stuhl. Zweiten ist Plank Wall Cup. Feier auf der Stuhl. Dritten ist Kreuz mit Herm. Feier auf der Stuhl. Und vierten ist Dips. Herm auf der Stuhl. Feier auf der Boden. Und die dritten ist für Bar Muskeln. Feier Übungen für 30 Sekunden per Übung. Die echten ist Leg Lift. Zweiten ist Plank. Feier auf der Stuhl. Dritten ist Crunch. Und vierten ist Seat Up mit Retention. Die echte Übung ist Burpees. Burpees sind drei Sprangen mit Pompeln. So, die ersten aus. Sprangen noch an. Pusha. Dann Spangen noch vier. Und die leichte Spangen. Okay? Ein, zwei, ein, drei. Ein, zwei, ein, drei. Wenn Pompeln nicht geht, kein Pompeln. Auf der Stuhl. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Und dann. Knien bis. Jede Böge. Jetzt allerdings. Aber wieder laufen. Es wird drösslich zukommen. Ih- von Söle Bilmann. Wie egal. Ich bin mit Pompeln, Sie müssen sch Them Tankin hike가는, Das ist mehr in Freude. Hahn tren. Ich bin mit Pompeln aber gut. Ich bin mit Pompeln an. Kann ich mit dem Reźmen die meisteniejенко fitieren. Dann dritten auf Jumping Squat, Squat auf dem Stuhl, anderen Erklingsprang. Squat, Ersprangeln. Brust raus, Reck riecht, Teilhäuropter vor dem Ersprangeln für 30 Sekunden. An der vierten Ausfallschritt, Fuß auf den Stuhl. Jetzt, für 30 Sekunden, an die andere Tour, links. So, ein Bein riecht, Brust raus, paar Muskeln aufstrengen. An der vierten Ausfallschritt. Und dann ganz auf und ganz auf. Auf und auf. Auf und auf. Auf und auf. Für 30 Sekunden. Und dann für die andere Tour, die andere Bein. Auf den Stuhl. Und dann auf und auf. Auf und auf. Wenn man Brust trifft, paar Muskeln aufstrengen. Auf weiter. Auf geht's. Auf geht's. Einen von Diamond, einen Richt, anderen ganzer Rupp und ganzer Rupp. Rupp und Rupp. Einen Diamond Push-up und einen Normal Push-up. Diamond Push-up und Normal Push-up. Und jetzt geht's mit dem Boden auf den Boden und am Arm auf den Stuhl. Diamond Push-up und einen Normal Push-up. Diamond und Normal. Vier drüssig Sekunden. Diamond Push-up und Normal Push-up. Zweitern als Plank-Wall-Cup. Füße auf den Stuhl. Jellebege auf den Boden. Andern. Einen Rupp. Andern Rupp. Riecht. Riecht. Auf jeseln links. Riecht. Auf jeseln links. Riecht. Kommt mal Baarmuskul umstrengen. Riecht. Auf jeseln. Wenn das geht, Füße auf den Boden. Und Arm auf den Stuhl. Riecht. Baarmuskul umstrengen. Riecht. 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 CR. Riecht. 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 Dritten auf Kreuz. Und dann geht's. Face. Auf der Stuhl. Eben riecht. Und dann geht's. 3. Längst. 3. 4. 3. 3. Und dann geht's. Face. Auf der Boden. Andern. Kreis. Kreis. Mit ihm. Riecht. Allerdings. Riecht. Allerdings. Und dann. Und dann. Riecht. Total weg. Eben riecht. Und dann. Ganzer hoch. A ganzer hoch. Ör hoch. Ander hoch. Paar Muskeln strengen. Brust raus. Eben riecht. A diebelen. A weiter. Eben riecht. A weiter. A. Eben riecht. Eben riecht. Und dann. Und die letzten Übungen für Bauchmuskeln. Die erste Übung ist ein Lift. Wir legen auf den Boden. Und dann bin ich recht. Und dann in den Stuhl. Und nach der Zeit. Links. Auch jetzt. Kap auf den Boden. Rück auf den Boden. Und bin ich recht. Links. Auch jetzt. Links. Und auf den Stuhl. Auch jetzt. Für drüssig zu kommen. Das Fitten aus Plank. Normale Gainage. Jedebe. Jedebe. Auf den Boden. Auf der Stuhl. und dann nochmal beim Aller-Playing für drüssig zu können. Immer bei den Muskeln umstrengen, Rick riecht. Dritten als sit-up, fies auf den Stuhl. Dann ein normales sit-up, aber in der Rotation. Sit-up, eine Rotation, Helleboe, auf die Knie. Links Helleboe, riecht Knie. Riecht Helleboe, links Knie. Immer bei den Muskeln umstrengen, riecht. Links. 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 Fährten aus Krönsch, setzen auf den Stuhl. Matt, ehem oder ohne ehem. Dribbeln, agerstrecken. Brust raus, dribbeln, agerstrecken. Ich kann halt auf, Matt, Hand, dribbeln, agerstrecken, dribbeln, agerstrecken. Et voilà. Okay, lego. Und für fertig ein kleiner Finisher. Der Prinzip vom Finisher ist von fünf Tieren und vier Übungen. Für die erste Tour ist ein Repetition per Übung. Die zweite Tour ist zwei Repetitionen. Die dritte Tour ist drei Repetitionen. Die vierte Tour ist vier Repetitionen. Und die fünftige Tour ist fünf Repetitionen. Die erste Übung aus Burpees, die zweite aus Pampelen, dritten aus Jumping Squat und vierten aus Situp. Die zweite Tour ist zwei Repetitionen per Übung. Okay, die zweite Tour ist zwei Repetitionen per Übung. Ein, zwei. Und dann zwei Pampelen. Ein, zwei. Jumping Squat. Ein, zwei. Und dann zwei. Seat Up. Ein, zwei. Okay, dritte Tour. Drei Repetitionen. Let's go. Eind. Zwei. A drei. Drei Pampelen. Eind. Zwei. Drei. Drei Pampelen. Jumping Squat. Eind. Zwei. Drei. Andrei. Seat Up. Eind. Zwei. Yen. A drei. Feierとう. Feieratente Tour, feier ein bisschen. Let's go. Eind. Zwei. Und dann treffe jen. mit Tieren. Und nach. Eins. Drei. A drei. 3 4 Jumping Squat 1 2 3 Affreie Weiter 1 2 3 Affreie Und für die letzte Tour von der Treffektion Let's go 1 2 3 4 Und ja Funne Und für die Und lasse 1 2 3 4 Affreie Jumping Squat von der Treffektion 1 2 3 4 Affreie Affreie Und für die letzte kommen wir gut von der Treffektion 1 2 2 3 3 4 Affreie Affreie Und fertig 4 Fincher 3 6 7 7 7 8 8 8 9 9 12 12 13 13 14 14 15 WALKING 16 17 16 20 20 20 20 22 20 22 24 25 und Nummer 10 ist das Lower Back Extension. Nummer 10 ist das Klinge Kaplabung. Ok Legua, Nummer 1, Seite Seite. Bein riecht, Irm riecht und dann eine kleine Rotation. Hier jetzt, links. Hier jetzt, links. 4, 20 Sekunden. Ok, Nummer 2 aus 4 Behen, aus Stretching 4 Behen. Reelspin riecht. Links in der Bürste. Däbeln. Andern. Zehen. Hier. 14 Sekunden. Andern. Wieseln. Hier Diana. 15 Sekunden. So. Läuft. Hör mal. Bein riecht. Das ist ganz important. Warte. Nr. Nummer 3. Als wir Schöllerin anbrauchen. Mit dem Stuhl. Hand auf dem Stuhl. Rick riecht. Und dann ganz hoch. Als wir Schöllerin anbrauchen. Und dann bleibt die Position für 20 Sekunden. Ok. Nummer 4 aus Treppeln. An. Bein. Extension. Riecht. An links. Das ist wieder Hörner. An vierde Behen. An vierde Behen. Riecht. An links. An links. An links. An links. Vier drössers zu kommen. Links. Riecht. Links. Riecht. Links. An links. Riecht. An links. Vier drössers zu kommen. An links. Riecht. 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 Auf dem Auer. Und dann. Riecht. Kleine Rotation. Bleibt hier im Richter, eine Rotation für Brust und eine bessere Schelle. Für 14 Sekunden und dann Pieseln für die anderen 14 Sekunden. Machen wir, er riecht, ein Brust raus. So, die Nummer 6 aus Kamel Tukat. Die Echten aus Rick, er riecht und dann von heraus Brust raus. Abjöselen. Für 30 Sekunden. Okay, dann Nummer 7 aus Krucifix. Längen auf den Boden. Und dann längste Behn bis er riecht. Und dann Wiesel. Und dann bleibt immer auf den Boden. Und dann füße bis hin. Komm. An der Nummer 8 aus Gröna. Gröna aus. Behn auf den Boden. Jetzt er mit den Längsten Behn. Und dann eine kleine Rotation mit Brust. Für plus oder mehr 5 Sekunden. Und dann Wiesel. Er riecht. Behn riecht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die Nummer 9 aus Triceps Extension auf der Mauer. Aus Gellebeau auf der Mauer. Und dann. Für 40 Sekunden. Für 40 Sekunden. Für 40 Sekunden. Und die Leuchten Nummer 10 aus der Kupplebung. Fast noch mal. Fast noch mal. Das für Reck. Auch Behn. Okay, Leute, wir haben uns fertig gemacht. Und dann geht's mit dem Auf dem Ich bin ein Gezentscheid und Sport. Bleib Dez 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 Vielen Dank.